Bist ganz nach oben, damit sie dir hinten erstmal jetzt alles abbauen da. So, zack. Sieh zu ihr Faulstücke ihr. Schneller. Damit wir diesen scheiß Berg da abgetragen kriegen. Ja, jetzt haben wir nämlich wieder Stein. Sehr schön. Was hat er denn? Attack Aura, okay. Ach, die bauen jetzt hier reihenweise immer ab. Komisch. So, äh, bei Minecraft baue ich so immer Sand ab. Immer Reihe, Verreihe, Verreihe. Einmal quer durch die Wüste. Himmel, was ich da in dem Einspielstand für Sand abgebaut habe. Ich glaube, das waren 3000 Blöcke oder so. Da habe ich mir eine komplette, eine komplette Glaspyramide gebaut gehabt. Die zeige ich euch vielleicht auch mal irgendwann. Wenn ich denn mal irgendwann Minecraft Let's Playen sollte. Wenn ich es nicht sogar schon tue. Zwinker, Zwinker. Wenn das jetzt mal kein Spoiler war. Ja, das geht doch richtig. Also, das geht ja hier wie am Fließband. Geht ja wie es Katzenbürsten hier. Und die nächste Reihe. Wie es Maiskolben fressen. noch gut zu tun hier die leute ja schön war auch nur eine option dass sie den kram in der reihenfolge abarbeiten wie man ihnen aufträgt das wäre natürlich auch noch richtig nett so solange die jetzt aber erstmal hier am arbeiten sind für die blöden kann ich ja einmal gucken wie das mit dem brot gerade aussieht drei brot noch das heißt wir müssen hier die priorität vom dickigen wieder runternehmen damit sie da wieder beigehen soll jetzt rennen nämlich alle weg und was kämpft er denn hier okay helmet of the pig slayer was ist ein helmet of the pig slayer den destroyen wir mal ganz fix hier da liegt ein schwert ach das hat sich der andere der die sich die 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 eisenachs geholt hat er hat sich das geholt hier so jetzt haben wir ein hero weniger das ist natürlich doof scruffle sollte eigentlich da an die seite warum es nicht getan hat ist mir gerade ein rätsel da ist eigentlich alles frei gewesen könnt ihr eigentlich machen können oder wolltet ihr hinschmeißen und habt ihr einfach weil hier plötzlich andere sachen wichtiger wurden habt es gelassen das ist natürlich auch möglich so sind die alle wild anbauen am abbauen und am ja meine dick ist noch ziemlich hoch das lassen wir auch erstmal so am bauen und am essen und am knuspern man hörte die ganze zeit das das brot durch deren mund werke genvertrauung verdauungstrakt wandern jetzt ist hier gerade wieder was in gang attack aber das ist ein web pick ach das war das ding was wir gerade da umgenütet haben beziehungsweise was der was der held versucht hat umzunieten dabei starb aber seine vergiftung das war pick noch getötet hat das klingt fast fast richtig aber nur fast attack aura bla 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 ah da stehen jetzt schon mal die ersten scruffles die ersten baugierus t es wird es wird es wird es wird irgendwann irgendwann haben auch die wände hochgezogen irgendwann haben auch genug leute und vor allem betten und die ganzen anderen blödsinn da hier noch um oxidiert wie soll man hier langsam weiterbauen den mister so meinen dick können wir jetzt eigentlich erstmal runtersetzen beziehungsweise wir werden die wände jetzt höher setzen weil die haben jetzt hier hinten erstmal reichlich stein abgebaut die haben auch gut erstmal platz gemacht hier für die nächsten ja für die für die nächsten räume die wir hier noch brauchen personal room oder müssen wir jetzt wieder den kommen wir von da rein da kommt das da kommt das und das heißt wir müssen da drei frei zwischen haben und dann sollte ich vielleicht auch mal shift drücken damit ich die zonen besser setzen kann beziehungsweise alle schön hintereinander weg dann haben wir jetzt hier nämlich die nächste reihe an personal rooms dann kriegen wir gleich hoffentlich ein paar leute mehr ran damit wir hier wer da ist damit wir hier wirklich jetzt mal langsam aus dem knick kommen das ist höher wall construction das ist auch sieht auch sehr gut aus die wall construction ist hoch genug eigentlich da kommt schon wieder sein altes baugerüst an wo will der damit jetzt sind ach der will ach der will hier hinten bestimmt hin da weil er jetzt bestimmt hin oder auch nicht nein oder auch nicht hier hier hat er sie rauf gesetzt sieh an so da setzen wir jetzt noch einen oben drauf nein nur ein da kommen die jetzt auch schon da bauen sie doch das alles fertig sehr schön so das auszusehen es kommt es kommt es kommt was sagt denn die dungeon ebene sind da gerade helden drin zu gange wir haben neun helden bekommen aber davon ist keiner unterirdisch zu gange das macht ja auch jetzt gerade nichts kommt noch mehr scruffles sehr schön sehr schön sehr schön können wir gleich das dach drauf setzen da kommt da der letzte stein für zack der liegt auch das hat doch richtig was so wenn ich jetzt gerne hier noch scruffles drauf und zwar bis dort damit wir dann da noch ein stück höher kommen gut jetzt könnt ihr langsam aufhören hierhin gut die eine reihe könnt ihr jetzt mal fertig machen und dann war's das können wir hier gleich die nächsten hinsetzen können wir dann noch mehr wir werden was wir hier an an personal rooms jetzt haben das wird der also der mindestens wird das der zack das wird hier die großschlafstätte hier cv cv jm des von von towns wird das hier das dumme ist jetzt habe ich mir gerade selbst den weg verbaut wie ich da wieder hinkommen will was mache ich ja nicht für ein blödsinn ne das geht über das geht hier rüber delete delete das ist zu breit delete ist delete ist delete ist deleten noch mehr deleten wir deleten hier alles gerade so und dann muss ich mal einmal kurz die aufnahme unterbrechen bis gleich so und da bin ich auch schon wieder ich musste nur beim chat jetzt gerade mal eben kurz was klären ich weiß nicht ob man das hier unten rechts sehen konnte die anfänge von dem chat da wollte einer was von mir dann musste ich mal eben kurz erledigen so wo waren wir jetzt gerade stehen geblieben die hatten hier das ding fertiggestellt und wollten jetzt wahrscheinlich gleich zu sehen dass wir das dach bauen das dach steine haben wir würde ich sagen ziehen wir hier die mauer noch ein höher setzen dann das dach das ist die frage wo sind die stonewalls welche hatten wir dann da war er das hier er war das ähm nein nee doch ist richtig so dann setzen wir das dann erstmal jetzt so hin die tür müssen die schweine mal langsam fertig machen hier zeit wird so 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 jetzt auch gerade so weit sehr schön sehr schön dann haben wir jetzt hier combat messages bla 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 poison attacks rhabarber rhabarber was ist das hier achso das war nur game post game gehts weiter game gehts weiter das kann da eben zugehen danke ja gut schick schick dann setzen wir hier zwischen oh da sind die am bauen das ist ja so schön dass die am bauen sind das ist einfach herrlich hier ein lockwall die sollten doch mal langsam hier die tür einbauen oder träume ich das und den habe ich übrigens extra noch nicht gesetzt weil ich nicht weiß ob der runterfällt wenn hier noch keiner unter ist beziehungsweise hier neben ist deswegen lass ich die erstmal fertig bauen dann setze ich den in der mitte scruffles können wir da auch nochmal eben fix bauen damit wir hier noch eine etage höher kommen so ja jetzt kommt die sache doch wieder in gange und jetzt schon wieder kein holz oder träume ich das jetzt hier gerade was haben die jetzt an holz hier materialien ja wieder kein holz die haben hier alles mögliche aber nicht das was sie haben wollen mine and dick ähm die wall construction die setzen wir mal da unter aber momentan bauen die hier nur den scheiß fertig und können den rest nicht bauen weil sie keine hölzer haben was so ein bisschen doof ist finde ich so ein holz haben wir jetzt hier gerade das ist nicht besonders viel wenn wenn wir endlich mehr leute kriegen würden verdammte axt das liegt hier immer noch in der gegend rum was der da hat fallen lassen bones 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 äh wir haben ach der kann ja gar keine wenn war das eine knochentür oder war das eine holztür die wir hier eingebaut haben äh müssen wir einmal gucken ob wir hier vielleicht erst mal einen 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 nein nicht das auch nicht das ich brauche nein das brauche ich schon gar nicht ich brauche tools und ich brauche ein bone carving äh gedöns carpentry die hatten wir nicht mal eingesetzt anscheinend nicht dann setzen wir da mal einen hin damit wir so ein bisschen was an knochen verarbeiten können vielleicht irgendwann mal in ferner zukunft so die können wir eigentlich auch mal zusehen dass wir hier jetzt die äh die apples hinsetzen da hätte ich gerne dort hätte ich äpfel dort hätte ich äpfel und dort hätte ich äpfel und ich hätte gerne hier birnen und dort birnen und da hätte ich auch birnen also mal ganz gerne hoffentlich renne die dann eh mal los plant red flowers humus on grass ah da kann man sogar blumen mit anpflanzen stimmt da war ja was falls man farbe braucht für irgendwas dann kann man das nämlich richtig schön nein kann man das nämlich richtig schön planen was man da so pflanzen muss außer dass unsere leute bald wieder scheißen dreck langsam sind ist das hier immer noch äh wir brauchen mehr leute ich muss die fröhlicher machen ähm wo setzen wir denn mal jetzt die bespaßungsbude hin ich würde fast sagen wir müssen erstmal barracks nee market heaven room taverne balcony arena ne das muss ich da muss ich ah was muss ich denn da ähm was wie wann wer wo manchmal auch warum hast darf wie hast darf wir haben doch oder haben wir nicht äh brüllt die mir da ins ohr das kann ja wohl nicht wahr sein food wir haben äh brot doch da warum isst du denn nicht das kann ja wohl nicht wahr sein das ist verhungert einfach so das ist ja fürchterlich ja